Guckt mal hier, das bin ich, wie ich den Kindergeburtstag meines Einjährigen verpasse und das brandneue Hollow Knight Silksong mit butterweichen 120 FPS spiele. Oder hier, ich wie ich im Bewerbungstraining beim Arbeitsamt einfach ein bisschen Skyrim spiele. Ja, und das Krasse ist, das hier ist kein Steam Deck oder so ein Windows Handheld wie das Rock Ally, sondern ein stinknormales Android Smartphone, wo das Spiel gerade auf der Hardware läuft. Wie bitte? Ja, richtig gehört, das hier ist kein Cloud Gaming, kein Stream, hier läuft einfach gerade Skyrim auf meinem Smartphone. Oder hier Dead Cells oder Cult of the Lamb. Ja, läuft alles. Das geht mit Tools wie Gamehub oder Winlater. Das Einrichten dauert ungelogen weniger als 5 Minuten und dann kann ich einfach meine komplette Steam Library durchscrollen, Spiele runterladen und loslegen. Wie das geht und ob es einen Haken gibt, zeigen wir euch in diesem Video. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, für den meisten Gaming-Kram muss man sich leider irgendwo anmelden und ja, dann ist man vielleicht auch mal von Datenlecks betroffen und da ist vielleicht Incogni was für euch. Die sponsern nämlich dieses Video. Es gibt nicht nur immer mehr Datenlecks, es gibt leider inzwischen auch hunderte von Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder illegal aus irgendwelchen Servereinbrüchen bekommen haben. Und damit steigt auch das Risiko von Scam und Identitätsstiebstahl. Mit der DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsstet ihr halt jede Firma einzeln anschreiben. Sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr nervig. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus hunderten von Datenbanken. Und selbst wenn eure Daten mal außerhalb der schon bekannten Datenbanken landen, hat Incogni dafür den Custom Removal Service ganz neu. Habt ihr eure Daten irgendwo entdeckt, könnt ihr einfach einen Link einschicken und die Incogni-Experten kümmern sich darum. Und das ist doch echt nice. Incogni wurde übrigens gerade als erster Service seiner Art von Deloitte in seiner Wirksamkeit verifiziert. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr auf incogni.com 60% Rabatt aufs Jahresabo. Erbung Ende. Also, Gaming auf dem Handy ist ein Ding. Also mal so richtig. Laut dieser Statistik vom Verband der deutschen Gamesbranche e.V. ist das Handy in Deutschland die populärste Gaming-Plattform mit 22,9 Millionen Spielern. Gefolgt von Konsolen mit 20,5 Millionen und dann weit abgeschlagen der PC mit 13,1 Millionen. Ja, krass. Aber trotzdem hat Mobile Gaming unter den echten Gamern, ich sag mal, nicht den besten Ruf. Und ja, ich muss sagen, das ist bei mir auch so. Ich verbinde Handyspiele meistens mit so richtig frechen Pay-to-Win-Mechaniken, so einer 1-Euro-Shop-Optik und komischer Steuerung. Und ja, ja, ich weiß, es gibt auch echt gute Spiele auf Smartphones. Und auch gute Ports von PC-Spielen, z.B. Ballatro, Stardew Valley oder Fortnite. Aber davon gibt es leider einfach nicht so viele. Und wie cool wäre das, wenn ich so Spiele wie das neue Hollow Knight Silk Song einfach entspannt auf meinem Handy spielen könnte. Weil das habe ich ja in der Regel eh immer dabei. Und da kommt Windows-Emulation auf Android ins Spiel. Denn mit der richtigen Software kann man Windows-Spiele auch auf Android laufen lassen. Hier schaut mal, das hier ist ein Samsung Galaxy S25 Plus. Also Samsungs aktuelles Flaggschiff-Modell mit Snapdragon 8 Elite. Die Plus-Variante hat einen größeren Bildschirm als das normale S25 ist, ansonsten leistungstechnisch aber gleich. Da öffnet man dann einfach diese App hier, scrollt durch die Spiele-Sammlung und startet beispielsweise Hollow Knight Silk Song. Ja, und das läuft dann einfach mit 120 FPS komplett smooth. Oder hier das Roguelike Dead Cells oder Cult of the Lamp. Laufen alle super gut. Und das sieht alles auf dem AMOLED-Display mit 120 Hz wirklich richtig schick aus. Also schaut mal, wenn ich das hier jetzt mal neben mein 60 Hz LCD Steam Deck lege, dann macht das im Vergleich schon ordentlich was her. Und was ich richtig heftig finde, hier läuft einfach gerade Skyrim. Also nicht so ganz so geschmeidig mit 40 bis 50 FPS, aber trotzdem finde ich das schon krass. Und nochmal, das ist kein Cloud Gaming oder Stream, hier läuft einfach Skyrim auf meinem Handy. Hätte ich das vor ein paar Jahren irgendwo gesehen, hätte ich das für Fake gehalten. Das Krasse dabei, das habe ich in weniger als 5 Minuten eingerichtet. Ja wirklich, zeige ich euch gleich. Ja und ich weiß, das S25 Plus kostet über 800 Euro. Dafür könnte man also gleich zwei Steam Decks oder eine Switch 2 oder einen Gaming-PC kaufen. Ja, viel Geld. Aber die Windows-Emulation läuft auch auf schwächeren Android-Geräten, wie hier zum Beispiel dem Retroid Pocket 5, den es bei AliExpress für knapp 200 Euro gibt. Da braucht man nicht mal so eine Game-Controller-Halterung wie für das S25, sondern der Controller ist da direkt eingebaut. Ich finde das Ding optisch richtig geil, besonders hier in diesen Gamecube-Farben. Außerdem liegt das Ding super in der Hand und ist echt kompakt. Der Retroid Pocket 5 ist eigentlich für Retro-Spiel-Emulation gedacht, aber der eingebaute Snapdragon 865 reicht auch für Windows-Kram. Allerdings nicht ganz so flüssig wie mit dem High-End-Samsung. Bei Silksong haben wir hier so 80 FPS geschafft, was echt super ist und auf dem AMOLED-Display sieht das Ganze ähnlich nice aus wie auf dem Samsung. Leider aber nur mit 60 Hertz. Skyrim läuft FPS-mäßig sogar besser als auf dem Samsung, stürzt aber leider ständig ab. Genau wie Cult of the Lamp. Dead Cells und Hollow Knight 1 haben sich leider gar nicht starten lassen. Stardew Valley ging aber. Ja, also für Windows-Emulation würde ich mir das Teil jetzt nicht unbedingt kaufen, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich für Retro-Gaming gedacht. Dafür gibt es auf Android echt eine riesige Emulationswelt mit verschiedenen Frontends wie Retro Arch. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Thema. Falls wir darüber mal ein Video machen sollen, lasst uns das gerne wissen. In diesem Video soll es aber erstmal primär um Windows-Emulationen gehen, also Emulationen. Denn möglich macht das die Kompatibilitätsschicht Wine. Aber was ist das überhaupt? Kurz gesagt, Wine ist sowas wie eine Zwischenschicht, die Windows API-Aufrufe abfängt und sie für Android oder Linux übersetzt. Also sowas wie Windows-Datei-Operationen, also schreibe diese Datei in C, Registry-Cram und so weiter. Der Unterschied zu einem richtigen Emulator bzw. zu einer virtuellen Maschine ist, dass Wine nicht einen kompletten Rechner mit CPU, GPU und so weiter emuliert, sondern halt nur notwendige Funktionen bzw. Operationen von Windows nachbildet. Und mit denen läuft dann das Spiel einfach. Ein Emulator bräuchte immer auch zusätzliche Rechenleistungen, um die Hardware zu emulieren, die man mit Wine halt nicht braucht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä, gibt es da nicht noch dieses Proton oder wie das heißt? Das läuft doch immer auf dem Steam Deck mit SteamOS. Ja, stimmt. Proton ist quasi einfach eine von Valve aufgemotzte Version von Wine, die nochmal besser für Spiele optimiert ist. Also so grob in der Kurzfassung. So, genug gelabert. Wie geht das jetzt? Also ich muss sagen, bei der Vorstellung, Windows-Spiele auf Android-Smartphones zum Laufen zu bringen, ist mir erstmal ein bisschen schwindelig geworden, weil das klingt erstmal nach einer Mega-Formelei. Ja, ich sag mal, es kann frickelig sein, muss es aber nicht. In diesem Video zeige ich euch mal zwei Möglichkeiten, mit denen ihr Spiele zum Laufen bringt. Einmal super bequem mit Gamehub, wo man sich allerdings einen Account anlegen muss und einmal komplett Open Source ohne Account mit Winlater. Was aber deutlich frickeliger ist. Methode Nummer 1, Gamehub. Gamehub ist eine App des chinesischen Controller-Herstellers GameSir, kennt ihr vielleicht. Die gibt es nicht im Play Store, sondern nur per Sideloading. Also man muss sich die App manuell runterladen und installieren. Ein bisschen unschön, weil man damit die Sicherheitsmechanismen des Play Stores nicht hat. Aber no risk, no fun. Ihr seid auf jeden Fall gewarnt, dass das auf eigene Gefahr passiert. Aber GameSir ist auf jeden Fall ein seriöser und etablierter Hersteller. Das Sideloading funktioniert auf jeden Fall baby einfach und das alles ist in weniger als 5 Minuten eingerichtet. Hier auf Gamehub.xiaoji.com kann man einfach die APK-Datei runterladen. Beim Öffnen meckert das Handy vermutlich aber erstmal, dass es die Datei aus Sicherheitsgründen nicht starten will, weil die App kommt halt nicht aus dem Play Store. Um das zu erlauben, muss ich hier beim Galaxy unter Sicherheit und Datenschutz einmal die automatische Sperre ausschalten. Dann einfach öffnen und installieren. Ist das durch, hat man die App wie jede andere hier auf dem Homebildschirm und man kann sie einfach starten. Das Blöde ist, man muss sich leider anmelden, um Gamehub nutzen zu können. Das geht per Mail, Google oder Apple. Bei Winlater funktioniert das auch ganz ohne Anmeldung, aber da komme ich gleich noch zu. Naja, hat man sich einmal eingeloggt, landet man auf dem Gamehub-Homescreen. Und ja, der gefällt mir echt gut. Das sieht hier ein bisschen aus wie auf dem Steam Deck und ist echt clean und lässt sich vor allem mit Controller easy bedienen. Der wird auch sofort erkannt. Ja, und apropos Controller, so einen braucht ihr, wenn ihr ein Smartphone und nicht so ein Android-Retro-Handheldt wie das Retroid Pocket 5 benutzt. Also ja, man kann theoretisch auch jedes Spiel mit so eingeblendeten Touch-Controls bedienen, aber das ist meiner Meinung nach kompletter Quatsch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde so eingeblendete Touch-Bedienung einfach nie gut. Naja, was Controller angeht, könnte man jetzt einen normalen Controller wie von der Playstation per Bluetooth koppeln. Das finde ich aber irgendwie uncool, weil dann muss man sich ja das Handy irgendwie aufstellen und so komisch davor sitzen. Viel besser für Mobile Gaming finde ich solche Controller-Krallen wie diese hier. Da klemmt man das Smartphone einfach hier so rein und zack, hat man das Handy quasi zum Handheld umgebaut. Schon ganz nice. Ich habe hier zwei Stück. Einmal ein Razer Kishi V2 Pro mit USB-C für ca. 80 Euro und ein 8-Bit-Do mit Bluetooth für ca. 50 Euro. Die Dinger gibt es aber wirklich in allen Geschmacksrichtungen und Preisklassen, also irgendwie von 20 bis 200 Euro. So, zurück zu Gamehub. Hier in der Oberfläche kann man einmal Streaming auswählen, sich bei Steam einloggen oder Games manuell hinzufügen. Steam ist auf jeden Fall die einfachste Möglichkeit, um Spiele zu installieren. Ich kann aber auch verstehen, falls man da vielleicht ein bisschen Bauchspätzen bekommen sollte, sich da mit seinen Steam-Daten einzuloggen. Falls man da wirklich gar keinen Bock drauf hat, kann man Spiele auch manuell hinzufügen. Komme ich gleich noch zu. Naja, mit Steam muss man sich auf jeden Fall einfach anmelden und kann dann hier durch die Steam-Bibliothek scrollen. Dann einfach ein Spiel auswählen, auf Get Game klicken und herunterladen. Ah, und man hat mit Steam natürlich auch seine Cloud-Games zur Verfügung und kann da weiterspielen, wo man am PC aufgehört hat. Naja, zumindest theoretisch. Bei manchen Spielen wie Hollow Knight 1 hatte ich meine Spielstände direkt am Start. Bei anderen wie Cult of the Lamp, ja, da waren einfach keine. Naja. Wenn man kein Steam benutzen will, kann man Spiele auch manuell hinzufügen. Dafür braucht ihr aber eine kopierschutzfreie Version des Spiels. Solche gibt es beispielsweise bei Good Old Games, also GOG. Die muss man dann auf einen Windows-PC installieren und den Installationsordner anschließend aufs Handy kopieren. Also per USB-C oder so. Ist der Ordner auf dem Handy, muss man in Gamehub auf Import Game tippen und die Spiel.exe auf dem Handy auswählen. Was cool ist, Gamehub hat hier bei Silksong direkt automatisch ein passendes Bild hinzugefügt, das Spiel benannt und direkt die passende Firmware und Wine bzw. Proton-Version heruntergeladen. Dann kann ich das Spiel einfach starten und es läuft. Im Spiel kann man bei Gamehub so ein Seitenmenü noch öffnen, wie beim Steam Deck. Da kann man dann sowas wie FPS-Log anpassen oder sich Touch-Controls einblenden. Aber kann ich denn jetzt einfach jedes Spiel runterladen und das läuft dann einfach? Leider nicht. Und da sind wir auch schon beim größten Haken an der Nummer. Das ist leider alles noch sehr Hit or Miss. Also viele Spiele funktionieren einfach direkt und manche starten einfach nicht. Ich habe echt einiges ausprobiert und kann generell sagen, dass ich bei 2D-Spielen wie Cult of the Lamb, Dead Cells oder Stardew Valley die beste Erfolgsquote hatte. Die ließen sich einfach direkt starten und liefen butterweich. Aber auch bei solchen geht es manchmal einfach nicht. Hotline Miami 1 zum Beispiel, da kann ich machen, was ich will, das startet einfach nicht. Bei grafisch anspruchsvolleren Sachen habe ich dann nochmal deutlich weniger zum Laufen bekommen. Auch bei Spielen, die angeblich perfect supported sind. Ja, denn Gamehub hat bei manchen Spielen so eine Kennzeichnung hier wie beim Steam Deck, dass das Spiel angeblich perfekt laufen soll. Wenn man da draufklickt, sieht man die Hardware-Anforderungen und empfohlene Einstellungen. Das ist leider aber kompletter Quatsch. Angeblich müssten dann Spiele wie Doom, Dis Honor 2 und das Resident Evil 2 Remake perfekt laufen, aber keins von denen konnte ich auch nur starten. Andere Spiele wie beispielsweise Fallout 4 kann man starten, das läuft aber auf dem S25 echt nicht gut. Das krampft so bei 20 FPS rum. Aber ey, es startet zumindest und das ist schon ein bisschen beeindruckend. Was tatsächlich spielbar ist, zumindest auf dem S25, ist Skyrim. Das läuft zwar streckenweise echt instabil und nur mit so 40 bis 50 FPS, hat auch hier und da so ein paar Grafikglitches. Aber ja, das hier ist ein Android-Smartphone und dass das überhaupt ein bisschen spielbar ist, finde ich schon krass. Und bei Skyrim kann man auch noch mit Einstellungen arbeiten, damit das besser läuft, hatte ich zumindest in ein paar YouTube-Videos gesehen. Denn man kann für jedes Spiel noch Kram einstellen, wie zum Beispiel die Wine- oder Proton-Version auswählen. Oder sowas wie die DXVK-Version wechseln. Das ist so eine weitere Kompatibilitätsschicht, die DirectX zu Vulkan übersetzt. Ja, aber wie ihr merkt, kann das hier echt fummelig werden, bis man da die optimale Kombination rausbekommt. Teilweise kann man dafür aber auch mal im Internet schauen, da haben manche ihre Settings auf Reddit oder so gepostet. Aber ob Spiele laufen oder nicht, kann man halt schnell mal ausprobieren. Das mit Gamehub ist wirklich innerhalb von 5 Minuten eingerichtet. Ganz im Gegensatz zu Methode Nummer 2, Winlater. So, ich meinte ja am Anfang des Videos, dass es noch eine weitere Variante für Windows-Emulation auf Android gibt. Das hier ist Winlater. Winlater funktioniert im Prinzip wie Gamehub, also auch mit Wine bzw. Proton. Der dicke Unterschied ist aber, dass Winlater Open Source ist und man sich nicht einloggen muss. Das ist zwar cool, aber Winlater ist auch deutlich unbequemer zu benutzen. Im Gegensatz zu Gamehub ist Steam hier nämlich nicht integriert und man muss die Spiele manuell auf Smartphone laden und importieren. Das funktioniert am einfachsten mit Spielen ohne Kopierschutz. Also im besten Fall nimmt man dafür die GOG-Version. Hatten wir ja vorhin schon. Steam installieren und benutzen geht zwar auch irgendwie, ist aber eine Riesen-Fummelei und würde auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos sprengen. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, habe ich euch ein Tutorial in der Beschreibung verlinkt. Ein weiterer Unterschied zu Gamehub ist, dass man alles manuell einstellen muss. Gamehub versucht ja zumindest für Spiele automatisch die passende Wine bzw. Proton Version herunterzuladen, wählt den passenden Treiber aus und hat Controller Support out of the box. Das muss man bei Winlater alles selber einstellen. Also ja, ihr checkt, bei Winlater muss man keine Daten von sich preisgeben, was super ist, aber man hat halt auch deutlich weniger Komfort. Okay, aber wie benutzt man Winlater? Als Vorbereitung kann man schon mal das gewünschte Spiel aufs Handy packen. Wie gesagt, am einfachsten geht das mit den kopierschutzfreien Versionen wie diese hier von Hollow Knight Silksong von GOG. Da lade ich mir hier unter Offline Backup Game Installers die Installationsdatei herunter und ziehe sie per USB-Kabel in den Downloads-Ordner auf meinem Smartphone. Dann Winlater installieren. Wie bei Gamehub lädt man sich hier eine APK-Datei herunter, diesmal von GitHub. Das dann einfach installieren. App öffnen und hier oben rechts auf das Plus. Da kann man einen Container für das jeweilige Spiel anlegen. Hier oben den Namen eintippen und sonst erstmal die Standardeinstellung beibehalten. Die kann man auch später noch ändern. Dann auf den Haken klicken und der Container ist erstellt. Also so eine Wine-Windows-Umgebung. Klickt man jetzt hier auf das Playzeichen, landet man in diesem, ich nenne ihn mal Desktop. Hier kann man die Maus ganz gut mit Touch bedienen. Dann ins D-Verzeichnis, da sollte der Inhalt eures Download-Ordners auf dem Handy drin sein. Da dann einfach die Installationsdatei von Silksong ausführen und installieren. Wenn das Spiel fertig ist, das Spiel einmal starten und wieder beenden. Bei mir hat Silksong dann eine Fehlermeldung ausgegeben und ich musste die App einmal komplett neu starten, aber naja. Winlater also wieder starten und nochmal in den Silksong-Container. Und hier unter Shortcuts kann man dann auch das Spiel über diesen Play-Button hier starten. So, jetzt muss man noch den Controller einstellen. Dafür wieder aufs Menü, auf Input-Controls und hier über das Plus ein neues Profil anlegen. Controller anschließen oder koppeln und hier unten auswählen. Und ja, dann jede Taste einmal drücken und jeweils Gamepad und die passende Taste auswählen. Mega nervig. Ich habe bisher keine einfachere Methode gefunden, falls ihr eine kennt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Dann bei Shortcuts beim jeweiligen Spiel auf die drei Punkte und unter Advanced, Input-Controls, Profile, das angelegte Profil auswählen. Fertig. Performance-Technisch lief Silksong mit den Standardeinstellungen genauso gut wie bei Gamehub. Und was ich so von anderen mitbekommen habe, ist, dass es extrem geräte- und einstellungsabhängig ist, mit welcher Software jetzt was besser läuft. Einige sagen, dass Gamehub out of the box bei den meisten Spielen besser funktioniert. Andere wiederum haben bessere Ergebnisse mit Winlater. Ich persönlich würde auf jeden Fall zu Gamehub raten. Ja, auch wenn man da auf eine Art mit seinen Daten bezahlt, ist es einfach viel, also wirklich viel bequemer. Das Ding ist, die Nummer ist so oder so noch echt experimentell. Also manche Spiele funktionieren einfach und manche nicht. Und bei Gamehub kann man halt echt entspannt verschiedene Spiele ohne Gefrickel ausprobieren. Bei Winlater finde ich das deutlich aufwendiger, nur damit das Spiel dann am Ende vielleicht einfach gar nicht läuft. Außerdem gefallen mir die Steam-Integrationen mit den Cloud-Saves, wenn sie funktionieren, und die automatischen Presets bei Gamehub echt gut. Ich kann aber auf jeden Fall auch verstehen, wenn man seine Daten nicht in die Hände eines random chinesischen Controller-Herstellers legen will. Wenn man Bock hat, sich da ein bisschen reinzunörden, ist Winlater auf jeden Fall auch eine Alternative. Also generell muss ich sagen, ich finde es echt faszinierend, dass sowas mittlerweile möglich ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass es früher oft so click-baity-Videos und Posts mit so gefakten Thumbnails so mäßig GTA 5 auf dem Handy funktioniert extrem einfach gab. Das war halt früher immer Quatsch, geht aber jetzt einfach. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, die Nummer ist wirklich echt noch sehr experimentell. Wenn man eh ein Android-Gerät rumliegen hat, dann kann man das auf jeden Fall mit Gamehub sehr niedrigschwellig einfach mal ausprobieren. Ich würde mir jetzt aber kein Android-Gerät wie das Retro Pocket extra für Windows-Emulationen kaufen. Dafür ist die Nummer einfach noch nicht ausgereift genug. Naja, was aber richtig ausgereift ist, ist das CT-Mini-Abo. Denn mit dem CT-Mini-Abo bekommt ihr 6 digitale Ausgaben voller Tech-Wissen direkt aufs Smartphone, Tablet oder wo auch immer ihr lest. Und das Ganze mit 50% Rabatt. Perfekt für alle, die gern wissen, was wirklich hinter den ganzen Schlagzeilen steckt. Das Angebot findet ihr unter ct.de slash 3003. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Spiele ihr auf Android zum Laufen bekommen habt. Würde mich echt interessieren. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.